und hallo und willkommen zurück zu study valley ich versuche noch ganz schnell das fällt hier fertig zu kriegen irgendwie ich weiß es ist jetzt seid aber es ist wirklich bettzeit ich hoffe ich habe das jetzt nicht umsonst gedrängt dann wenn ich jetzt das bett hier habe ich das noch schnell ich muss das noch schaffen was zu spät ist es geht nicht ist mir zu spät ich muss gehen ich hoffe die restlichen felder sind okay jetzt aber schnell ins bett die kleine hängt hoffentlich da oben im links nein gut okay das war jetzt ein bisschen mega spät okay ich hoffe das feld ist noch okay jetzt muss ich mir nochmal drücken ein neuer morgen ein neues glück schatz bist du da du bist nicht da meine kleine hui wo ist mama noch mal spielen ja noch krabbelst du nicht um es dauert ein bisschen wo ist mama eigentlich ist mama da mama ist nicht da man ist irgendwo unterwegs ist schlecht müsste ich noch mal so hochgepackt nehmen jetzt hier das fehlt hier noch sozusagen morgen schatz da bist du da du hast hier schon okay schon gearbeitet ja es ist schön dass wir unser eigenes grundstück haben nur für uns wir haben so viel zu tun ja man und ich hab's befürchtet hier ist schon etwas kaputt gegangen jetzt muss ich das normal das ist alles gesiedelt ja jetzt muss ich zusehen dass ich das hier noch weiter siehe habe ich das richtig gereichen die sieht es gar nicht aus war hier ist schon alles gewachsen und ja hätte ich das noch fertig gekriegt mensch ja gut zwei felder ist jetzt nicht so schlimm oh junge oh junge da habe ich es draufgehauen habe ich es draufgehauen okay das wächst alles schon jetzt muss ich den rest noch drüben reinhauen das klapp ich gar nicht mehr die ganzen hopps habe ich doch ein bisschen was habe ich noch das kriege ich glaube ich mal drauf jetzt muss ich erst mal rumklopfen klopfen was das zeug hält kann ich das einfach schritt für schritt schritt für schritt ich würde gerne bäume noch einpflanzen was zugeben aber dann muss ich auch ein bisschen warten fürchte ich die würde ich gerne auch einmal kaufen aber die sind halt auch nicht billig auf der sakura farm gibt es viel zu tun ich hätte gerne mehr ich glaube die die hopps mache ich hier drüben hin nach rechts und links weil da kann ich ja von außen drangehen genau das wollte ich erstmal überall wird die gegend und auch erstmal alles und da hier dabei gehe ich das schon auf und ab hier und es bringt nichts so schon gemächlich ja fertig das war die ecke dass die ecke hier noch alles muss seine ordnung haben wir müssen ich hoffe das sind die ecke reichen ja so zack 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 geschafft jetzt noch die ganze cc drauf um meine arbeit hochgerei das war das ja die hälfte vergessen sagt muss alles geohrmann das reicht echt nicht krass wie viertel also bräuchte noch ja mal 20 aber 20 werden glaube ich nicht reichen ne das ist schlecht aus ich glaube ich brauche mehr als 20 das wird nicht reichen wie brauche ich jetzt noch 268 euch noch richtig ich hoffe ja da noch ein bisschen so 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 ne zwei mehr und zwei verrechnet so jetzt aber geschafft so jetzt haue ich erstmal die hier raus weil die müssen die müssen geordnet gesetzt werden ja 22 ok das wird doch mehr als gedacht hier habe ich die befürchtung zack 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 ähm dann sitze ich euch noch in die mitte ne das wird natürlich echt umständig dann ne mhm toll ja da mache ich noch welche hin ok dann setze ich hier den rest hin da kann noch was hin wieso machst du das nicht so jetzt ok hier kommt noch weizen hin ich hoffe ich kann hier durchlaufen wollte ich durch den weizen durchlaufen ich weiß es nicht mehr ich hoffe es wenn nicht habe ich ein problem dann wird das jetzt alles ein bisschen banale gepflanzt ich weiß es leider nicht mehr es wäre auf jeden Fall wichtig dass ich da durchlaufen kann so das kriege ich glaube ich noch unter hier gerade so ne mhm weißt du was ich haue die hier noch raus so da fehlen noch ein paar Seeds da muss ich noch was rein machen drei Stück fehlen mir noch ne mhm könnte ich noch Sonnenblumen reinquetschen die habe ich glaube ich noch Junge 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 aber ich glaube ich habe die Dings falsch gesetzt ne ich glaube ich hätte die auch in der Reihe setzen müssen dass ich durchlaufen kann äh dran lang laufen kann die ähm das Korn so jetzt muss ich mal gucken ah Sonnenblumenkern da das hier kann ich im Sommer pflanzen oh je das muss ich noch pflanzen 13 Tage das Starflut Seeds muss ich unbedingt noch pflanzen hier die kriege ich jetzt natürlich nicht mehr unter ne das ist ein bisschen doof das kann ich hier noch ein bisschen was einpflanzen ich würde ja gerne alles einpflanzen aber so das geht leider nicht wenn es nicht bewässert wird ne das ist ein bisschen doof gemacht so jetzt nehme ich das Zeug mit hier die Tiere warten auch schon auf hier auf ihre Streicheleinheit erst muss ich gerade ein bisschen aufräumen hier so 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 das Metall ist schon der voll bis der Arzt kommt oh man äh Wein kriege ich da nicht rein Wein habe ich noch nicht okay ich kann nicht da rein stopfen dich dich ich brauche ich nicht da rein stopfen dich und dich noch okay das heißt das kommt alles weg dich nicht die ich noch hier unter ja Kaffee habe ich auch noch gut oh ich packe ich hier noch rein hier ein bisschen Platz so und dich muss ich noch mitnehmen Käse kommt auch noch weg perfekt so die Schere brauche ich noch da dann kann ich jetzt den Tieren erstmal gehen mir schwarmt gar fürchterbares hier so ist ja schon wieder alles kaputt das gibt es doch nicht was ist denn hier los alles im Eimer hier schöner dabei habe ich doch alles repariert gehabt na ihr ich muss es tatsächlich wegnehmen dann hier so habe ich jetzt mit euch allen gekriegt hier seid ihr auch alle da ja ne ne euch habe ich nicht gekriegt na nu so kriege ich noch ein bisschen was von dir dankeschön und von dir auch dankeschön dankeschön so und von dir noch ein bisschen was das wollte ich gar nicht dankeschön Mensch die rennt hier schon alle durcheinander ey da komme ich nicht hinterher so von dir brauche ich auch noch was dankeschön so machs gut so dass das das wäre erledigt ich muss jetzt hier noch parieren das ist eine Katastrophe das muss ich noch irgendwie hier in den Schuss kriegen so erstmal den ganzen Kram wegmachen das und das die Rolle kann ich direkt verarbeiten das kann ich auch gleich wegpacken äh hab ich denn noch brauche ich überhaupt noch äh ja da brauche ich noch was da brauche ich nichts mehr das heißt ich kann nicht wegpacken weil ich mich freiwillig jetzt verarbeiten würde ob ich dann ein bisschen bessere Qualität kriegen würde ich weiß es jetzt gar nicht das muss ich noch Dings geben hier runter so jetzt habe ich jetzt so viel rumgeackert dass ich schon wieder nicht mehr weiß was geht das ist schon eine Katastrophe hier den Zaun muss ich unten gleich noch flicken auf jeden Fall stimmt und den Kram muss ich noch umräumen da muss ich mir natürlich überlegen was mache ich in das Häuschen rein mache ich das Zeug da rein oder mache ich das da oben rein obwohl das da oben kann eigentlich draußen stehen bleiben ist eigentlich das Zeug was da rein muss ne ja ich glaube ich stelle das da oben mal rein da muss ich euch mal einsammeln hier so wo ist es nicht wegfallen oh ne was hatte ich befürchtet achso das geht nicht weil ihr voll seid es ist natürlich ein Ofen abhandengekommen toll Katastrophe ja ein Ofen ist leider abhandengekommen da muss ich mal gucken ähm Kisten muss ich nochmal basteln was noch ähm weiß ich jetzt gar nicht ich weiß gar nicht ob ich das Hausbewerb bewegen kann dann ähm Kisten gib mir nochmal Kisten dafür brauche ich Holz ne Kisten Kisten achso kann ich nicht stacken das ist auch ein bisschen blöde so dann packe ich die Kisten da unten hin ein Shipping Bin könnte ich hier noch hin basteln dann ne oder packe ich hier alles rein kann ich hier alles in die Hütte packen ist echt riesig die Hütte ne so dass der Ofen jetzt natürlich weg ist ist natürlich echt ärgerlich äh du musst draußen bleiben dich kann ich da hinpacken äh was haben wir noch Charcoal Charcoal mach ich mal hier hin würd ich sagen oder und da noch die Recycler daneben würd ich sagen so die kann ich hier oben hinpacken eigentlich so und dann die Kisten nämlich noch wobei ich bin überlegen ob ich die Kisten nicht mal die Kisten hier hin das ist dann alles was hier mit Dings zu tun hat und auf diese Seite pack ich dann alles was mit Seeds und so zu tun hat und so weiter und so fort warte mal kann ich das hier hinpacken Seeds den Table noch dahin so ja kann ich machen dann könnte ich den Ankeram doch noch vielleicht umsetzen warte mal ich muss mal überlegen wo ich die Hütte noch hinstelle schiebe ich den noch ein bisschen nach weiter da drüben hin der Brunnen muss ich auch noch ich muss dann mal zu Robin gehen das muss ich mal umbasteln das geht so nicht mal gucken ja den Kram könnte ich eigentlich tatsächlich hier wegnehmen ne ich müsste aber gucken dass ich das noch weiter ähm umbastel dann wobei die Eier Maker und sowas die würde ich gerne unten hin basteln weil die kann ich dann direkt da lassen müsste ich nur ein Shipping-Bin hinbauen ne das wäre eigentlich nicht schlecht die Bienen müssen draußen bleiben genauso wie die Regenwurmtonne könnte ich mir noch ein bisschen was basteln müssen wir mal gucken gibt ja noch genug zu tun so diese brauche ich denn noch ne den brauche ich nicht mehr ok gut da ist es auch schon nicht mehr da na gut doch kann ich hier erstmal rein dich packe ich auch erstmal unten wieder hin so dann packe ich dich erstmal hier dran ans Haus so ein bisschen Blitzableiter mäßig ich muss dich noch ein bisschen weiter nach rechts rüber schieben dann würde ich sagen muss ich mal gucken oder ich packe dich drüben hin das weiß ich noch nicht genau muss ich mal sehen noch so viel was ich noch machen kann Hallo Schatz wieder zurück ja ich bin auch schon ziemlich müde können wir gleich ins Bett gehen was macht die Kleine die Kleine schläft alles klar alles gut dann lass uns ins Bett gehen ist auch schon wieder ein Tag rum hier oh man bin schon wieder total fertig so ja na ist ja wieder ein bisschen was brauchen wir wollen so ich würde sagen bis es weiter geht sehen wir in der nächsten Episode also macht's gut Leute bis dahin ciao ciao